Ja, Portal betreten Und ja, da ich das letzte Mal schon Urias gewählt habe Wähle ich dieses Mal Jenkai Auch weil Der Schattenkrieger und Urias Jetzt nicht so ein Zurück mit euch Verhältnis hatten Wie der Phönix Träger und Urias Und wenn ich sagen muss, dass Salabar Äh, Jenkai Nicht Salabar, Salabar ist ja unser Gegner Doch gut auf die Nase kriegt Torei Alle beide Genug Blut ist für heute vergossen Schon dabei Ja, die Gons sind leider auch etwas, was ich nicht mehr loswerde Ihr habt die Prüfung der Wahrheit bestanden Eure Worte haben von nun an Gewicht unter den Katai Xalabar muss schweigen Seid nun endlich willkommen Als Gast der Katai Unser Wasser und Salz sind das eure Und euch soll unter unserem Dach Kein Leid widerfahren Kommt, wir haben viel zu bereden Dunkle Wolken ziehen mit dem Wind der Zeit Krieger, sammelt euch Jäger, zu den Toren Ja, es geht los Die Armee des Kaisers Sie kommt vom Rabenpass hier Die Goldene Garde Sie greift euer Monument ab Vorsicht, sie sind hier Da, der Bronze Gigant Dann ist der Kaiser selbst bei Ihnen Oh oh Ich bringe Nachricht von seiner Göttlichkeit Magnus Arias Imperator des Südens, Herr über die Goldene Stadt Lieber sterbe ich Solltet ihr euch weigern Wird die kaiserliche Armee diese Stadt Dem Erdboden gleich machen Wir sind zu schwach Wir müssen auf den Handel eingehen So sei es Xalabar, du hältst die Stadt Und wachst über die Uru Rabenhaar, Runenmensch Ihr kommt mit mir Jenquai, du auch Wartet, ich begleite euch, Runenkrieger Natürlich Ja Da passiert es gleich wieder Ein Monument wird angegriffen Still, der Kaiser Sei gegrüßt, Tochter Vater Ich will es kurz machen Karl liefert mir den Runenkrieger und meine störrische Tochter aus Und ich verschone dieses stinkende Loch, das ihr eine Stadt nennt Sie leben hier unter dem Schutz des Gastrechts Wenn sie gehen, dann nur aus freiem Willen, Kaiser Du wagst es mir zu widersprechen, Barbar Was kümmert mich, den Göttlichen, euer Gastrecht? Garde, brennt alles nieder Tötet diese stinkenden Barbaren Löscht sie aus Vater, nein Und tötet diese Frau Ich habe keine Verwendung mehr für sie Wie ihr befehlt, Göttlicher Alja, Vorsicht Zurück mit euch Oh, verflixt Hilfe Zeit zu sterben Komm her, du Monstrum Versuch es mal mit mir Verteidigt unsere Stadt Urias Ach verdammt Runenkrieger, kommt Wir müssen zur Stadt fliehen Ja, hier können wir nichts mehr tun Zurück zur Stadt Oh, dieses Mal sind wir nicht komplett angeschlagen unterm Arsch Na, wir haben das Produkt Trotzdem leider verloren Und sie sind einfach mal so durchgepolst Die Stadt wird angegriffen Hier Äh, keine Zeit zu verlieren Was ist geschehen? Eine Falle Urias ist tot Das Heer des Kaisers macht sich bereit zum Angriff Das ist das Ende Es sind so wenige Krieger zur Verteidigung übrig Und mein Monument ist verloren Ich kann kein Heer zu eurem Schutz beschwören Ein Monument Ein Runenmonument Es gibt vielleicht noch einen Weg Sprecht, schnell Nördlich der Stadt gibt es einen heiligen Ort Einen Ort der Erdgötter Der für uns Kinder des Windes verboten ist Dort steht etwas, das vielleicht ein Runenmonument sein könnte Warum sagtet ihr das nicht gleich? Diese heilige Stätte ist seit Generationen für uns verboten Aber ihr seid kein Kind des Windes Also nehmt diesen Schlüssel Er wird von Uru zu Uru vererbt Seitdem es mein Volk gibt Er öffnet jenen verbotenen Ort Dieser Schlüssel Das ist Zwergenarbeit Es muss eine alte Zwergenmine sein Wie komme ich dorthin? Die verbotene Stätte liegt im Norden der Stadt Zwischen den Felsen Ihr könnt sie nicht verfehlen Ich hoffe, es ist das, wonach ihr sucht Runenkrieger Das hoffe ich auch Ja, da wurde ich aus dem, äh, Dings gerissen Was okay ist, weil so viel Zeit haben wir ja nicht Er hat sein Leben für dich gegeben, Rabenhaar Du solltest ihn ehren Ich wollte aber nicht, dass er sein Leben für mich gibt Er hat kein Recht, mir so eine Schuld aufzuladen Er ist nur seinem Herzen gefolgt Rede nicht schlecht von ihm Mann, ich weiß jetzt gerade nicht mal, wo waren die Ställe, wo wir jetzt gerade gekämpft hatten Muss ja irgendwo hier außerhalb gewesen sein Oder hier hinten Auf jeden Fall dort waren Zelte Ey, cool, mein großes Haupthaus steht noch Ernsthaft, wo war denn der Ort? Hier unten auch nicht Oh, und hier habe ich sogar eine Kiste übersehen Fällt mir gerade so auf So, erstmal die Mondsilvermine hier bestücken Und die Schmiede Und das Nahrungslager Auch die Schweinezucht hier am besten Zusätzliche Gebäude brauchen wir ja nicht Zum Glück Das ist aber auch der einzige Ort, an dem wir Ah ne, da haben wir noch Mondsilver Los, wir brauchen mehr Ach hier, hier haben wir gegen den Bronze Giganten verloren Und Urias Verloren Ach, arme Urias Eine Einheit wurde aufgewertet So, unsere Genau, ist hier oben Das sollten wir gleich als erstes dann machen Wir sollten nämlich erstmal ein paar Verteidiger aus dem Boden stampfen Eine Einheit wurde aufgewertet Ja, für den bräuchten wir dann mehr Mondsilver Also hauen wir noch Ich glaube sieben brauchen wir auf jeden Fall noch Eins für das Gebäude, das braucht nichts Da können wir auch das Update gleich mal verpassen Wir werden auch dem Steinmetz dann abgegeben Eine Einheit wurde aufgewertet Oh ja, mal gucken Ringe, kann ich neue Ringe tragen? Ja, Lebenskraftring Ausdauergeschicklichkeit Ja gut, nehmen wir den Ring mal So, da gucken wir, dass wir gleich mal Verteidiger rausziehen So, brauchen wir jetzt noch irgendwo irgendeinen Ne, eigentlich nicht mehr Gut Oh, hier unten wird angegriffen Das ist aber, nichts Toll, istino Entz腳, nehmen wir jetzt das Fertig ло the Seit Also erstmal 20 Verteidiger, dann den Titanen und dann sehen wir weiter. Ja, nur zu! Also ja, sieht so aus, als ob sie überall versuchen durchzubrechen gerade. Okay, wir können jetzt eigentlich schon das Upgrade für den Titanen machen. Okay, wir können jetzt auf den Titanen machen.